Guten Morgen, ihr Lieben. Heute etwas Koordination, bevor es dann morgen zum Couch übergeht. Ihr nehmt euch zwei Gößerbüchsen. Achtung, Wärme. Es müssen Gößerbüchsen sein, definitiv. Ihr nehmt doch etwas als Markierung. Dann guckt doch mal, vom Abstand her müsst ihr am Anfang so ein bisschen probieren. Der sollte halt so sein, dass ihr euch lang machen müsst. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz und dann geht ihr diagonal hier rüber und tippt an. Zur anderen Seite. Jetzt wird es spannend. Jetzt versucht ihr, den Fuß anzutippen. Und genau das bei der anderen Seite auch. Eines geht es schlechter als das andere Seite. Und dann wieder die Arme. Schön lang machen. Ihr merkt, dass ihr zu kurz ein bisschen hinterlassen könnt. Richtig merkt, dass ihr hier im Lat eine Döhnung reinkriegt. Und das probieren wir mal, das ist anstrengender als es aussieht. So zehnmal jetzt zusammen. Macht ihr eine Pause und probiert so oft, wie ihr Bock habt. Viel Spaß. Bis gleich.